Moin Moin! Wie angekündigt, habe ich jetzt gemeinsame Sachen in Hamburg-Kaul. Für die erste Woche haben wir uns eine Challenge zum Werfen überlegt. Und zwar geht es darum, dass wir fünf Gegenstände jeweils in diesen Kasten werfen wollen. Ihr könnt zu Hause natürlich eine Mülltonne oder was euch immer auf euch einfällt nutzen. Und seid bei den Gegenständen möglichst kreativ, nehmt möglichst wenig Bälle. Wir haben mitgebracht... Natürlich ein Basketball. Und natürlich den klassischen Fußball. Dann eine Kumpel. Unsere Luftgitarre. Und eine Kempel. Wir nehmen jetzt jeder einen Meter Abstand vom Kasten. Dort müssen die Füße liegen mit ausgestreckten Beinen für Challenge Nummer eins. Jeder hat fünf Würfe. Mal schauen, wer mehr schafft. Naum, gut geht's! Okay. 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 Zwei. 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 Okay. Zwei. Du legst los. Zwei. 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 Oh. Okay! Meine醬 ist auf die pis. Es beginnt direkt mit dem schwersten. Er meint dem schwersten. Knapper 3 zu 3 ist es für mich, nächste Woche geht es weiter, neue Herausforderungen. Wir freuen uns auf dein Video zu dieser Herausforderung, zu dieser Challenge, verlinkt die Hamburg Towers und direkt zu seinem Paul Wiener Bauchen, wir sehen uns nächste Woche, tschau tschau, viel Spaß.